Tag Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Hierzu Final Fight, Zanzigateams oder wie ihr es immer nennen wollt. Ja, es ist ja eigentlich Zanzigateams, aber es ist verkörperte Final Fight. Ich habe das Ganze nicht verstanden, warum es jetzt Final Fight heißt und nicht Zanzigateams. Ist ja gut. Gut, ist jetzt auch gut. Heißt halt so. Ja, also man hat da keine richtige Zone mehr. Gut, die Zone hat schon eine richtige Zone, aber man hat eher so einen finalen Countdown, wie man richtig beschrieben hat. Ja, obwohl man nach dem letzten Video nicht allzu viel sieht. Der Grund dafür ist einfach, ich habe mein letztes Video, also mein letztes Fortnite-Video vor ca. 4-5 Tagen, 3-4 Tagen gepostet und seitdem habe ich auch keine Fortnite mehr gespielt. Ich spiele wirklich nur, wenn ich aufnehme und das halt aus der Folge, dass ich wirklich 3-4 Tage ohne Übung bin. Und diese Nicht-Übungstage sind sich dann negativ für mich, weil ich dann halt natürlich auch ohne Übung bin. Und heute, das hat man, das Resultat hat man aber heute gesehen. Ich war super schlecht, hätte einige Zeitkampfe gewinnen müssen, habe ich dann doch nicht. Ihr seht es dann alles im Video. Ja, viel Spaß mit diesem Video. Und bei der Leute, wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, hey du bist ja so ein Noob, ich weiß das Leute, ihr müsst mir nicht in die Kommentare schreiben. Kurze Anmerkung, viel Spaß mit diesem Video. Ja, 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 viel Spaß mit dem Video. Ja, viel Spaß mit diesem Video. Das war's für heute. Arby Dreamin Arby Dreamin Arby Dreamin Hme americana Al immer Al immer Al immer We're dreaming 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 Come on, come on, come on, come on 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 I'm dreaming I'm dreaming I'm dreaming Was ist das? 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 Was ist das?